Hallo zu einer weiteren Runde. Schaut mal den Schildern. Ja, der passt. So, müssen wir erstmal wieder reinkommen, ne? Bis, wenn man ein Wöchchen nicht gespielt hätte. So, hier drüben war, also wir, äh, heute nichts Spektakuläres. Schafft's jedes Mal, ne? Und noch mal. Und noch mal. Und vor allen Dingen... Diesmal wäre mir sehr schlecht. Oh Gott, will ich diesen... Oh Gott. Wie kann man denn hier... Na gut, wir könnten ihn vielleicht, wenn's ginge, von hier mit unserem Großen. Das wäre eine Idee. Das wäre letztendlich ne Idee. Hier war doch immer eine. So ein dicker... Hä? Achso. Wie war denn das mit dem Springen? Ich bin noch nicht... Ich bin noch nicht wieder drin. Wie war denn das mit dem Springen und... Ich glaube, der konnte klein auch springen. So, heute, äh, nehmen wir ein bisschen, wie immer, Erfahrungspunkte mit. Wollten in der Stärke, glaube ich, noch mal raus, rauf. Ja, hier war doch auch immer einer. Da ist er. Sehr groß. Auch noch mal getroffen. Heute trifft uns jeder. Jede trifft uns heute. Da gibt's nix. Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Wir haben jetzt jeden... ...wieder getroffen. Wieder getroffen. Es kamen zu glauben, oder? Wieder getroffen. Jeder Gegner, gegen den wir jetzt... Also, mal abgesehen von... ...vielleich ein, zwei... ...hätten es getroffen. Es kamen zu glauben. Aber wahr. Können es nicht sagen, aber wahr. Was hätten wir denn hier noch im Angebot? Der war noch auch so ein... ...Flitzi. Aber... Das gibt's ja nicht. Ich hab' mich. Nicht schlecht. Bisher sind sie uns weit überlegen. Den haben wir mal... ...den haben wir mal ein Pässe gekriegt, oder? Schau mal hin. Wie weit ich... ...wenn ich... ...denk ich... ...der hat sich wieder aufgeladen. Denk ich zumindest. Ach, wieder. Daneben. Könntest du? Der hat keine... Der hat keine... Der hat keine... Der hat keine... Der ist total erschöpft. ... ...klappt heute... ...fantastisch. Das klappt heute nicht. Der ist... ...er ist fantastisch, oder? Ich bin... Äh, wisst ihr, wo wir mal hingehen? Bevor wir irgendwo anders hingehen. Wir gehen noch mal... ...darunter. Das war doch hier, ne? Ist denn eigentlich der... ...der ist nicht mehr da, oder? Nee. Also, ich hoff's mal. Der rechts von uns war... Hupse. Bin ich gar nicht... Bin ich gar nicht auf dem Schirm? Hier drüben, meine ich. Hup. Hup. Kennen wir das? Kennen wir diesen Speicherpunkt? Eher nicht, oder? Falle ich hier ins Loch rein? In die Spalte? Was ist denn das hier? Bin ich tot, ne? Oh. Springerei ist immer so ein Ding. Das kann ich manchmal... Manchmal kann ich's gar nicht. Wir üben nochmal, weil ich... Wie ging Springerei? Okay. Let's hope the best. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht gescheit, gleich dort rüber zu springen. Aber ich mach's jetzt trotzdem. Bleib ich auf der Seite. Oh, nein. Wirklich? Wirklich? Ihr merkt, Springerei ist so gar nicht meins, ne? Da bin ich eigentlich schon raus. Aber die Truhe hier, die hätte ich doch gern. Giftwiderstandssplitter, Zerkungssplitter, Greif. Beinrüstung. Schaut's euch an, die Beinrüstung. Ich glaube, wir haben gleich eine neue, könnte ich mir vorstellen. Hier. Ah, doch nicht. Wäre zu schön gewesen, ne? Jo, auf der anderen Seite. Da gefällt mir meine besser hier. Die lebende Legende. So, hier kommen wir durch, ja? Was ist mit dem ganzen Ra... Ups, ja. Ah! Oh, oh! Was ist denn das da drüben? Ja, das schafft wir nicht, oder? Da fehlt dir. Da fehlt dir. Dann müssen wir da drüben entlang. Wir können aber auch, äh, auf der Rücktour wieder dort, äh, vorbei. Wenn ich jemals... Schaut... Schaut mal, ist jetzt... Ist jetzt... Ne, schon nicht. Wann mal, ich kann mal... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Weil jetzt niemand in den Rücken fällt. Klein und gut. Okay. So, dann schauen wir mal, was sie hier zu sagen haben. Ach, ne, das hier ist so ein... Ah, wieder so eine uralte Tarte. Ist ja schön. Die ja Quest-Gegenstand ist. Nett. Was sind das denn hier für ein Springbund? Ne, das hier... Ach, ne. Ist das da hinten irgendwas... ...wo es weiter geht? Ne, ne. Seht ihr noch hier irgendwas? Hier geht's wieder ganz tief runter. In die Spalten der Hölle. Ich denke, wir sollten dort nicht hinein. Ja, das ist jetzt die Frage, ne. Also, ich denke... Das wäre ja Quatsch hier rein. In die Spalten der Hölle. Ne, 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 ne. Aber... Wartet mal. Eins will ich nochmal schauen, obwohl es Quatsch ist. Ich weiß. Wir sind hier nicht in Skyrim und bauen irgendwas ab. So, wir gehen links... Links wieder zurück, ne. Let's hope. The Bass. Manchmal hüpft er, manchmal hüpft er nicht. Ich kann echt vom Glück singen. Aber am Ende mein Fehler gewesen, übrigens. Weil wir waren noch nicht mal im Rennen. Und außerdem hätten wir, glaube ich, sogar links weggemusst. Wisst ihr das? Das probieren müssen wir hier. Ach so, halt. Ob wir den auch so hier bekommen? Ich glaube, ich glaube, das war nicht. Ne, der steht noch. Oder man rollt gleich hin. Oder man. Oh, wir brennen. Wir brennen wieder. Wir brennen wieder. Es gibt kein Halten. Wir brennen, dass das Zeug hält. Ach so, halt. Das haben wir falsch. Wir haben den falschen. Ach, apropos Gebet. Haben wir das Gebet eigentlich? Bis zu seiner vollen Stärke. Ja, ne? Das können wir dann auch immer mal benutzen. Wirklich? Ja. Ja. Wirklich? 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 Jetzt haben wir 9 übrigens. Jetzt haben wir unsere 9. Das hätte ich schon mal besser drauf, oder? Sagt ja. Ich weiß es jetzt selbst. Es war ein kleiner, ein klitzekleiner Angriff. Wir sind noch hergekommen. Ein klitzekleines Angriff. So ein klitzekleines Angriffchen. Wo ist der Nächste? Da ist er. Hier war gut. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise immer gut. Ähm, warte ich mal kurz. Ähm, ähm, ähm. Hier ging es Runde, ne? So, und dann sind wir ganz hier rüber. So, und irgendwo hier müsste wieder unsere... Wenn wir jetzt nochmal runde fliegen, haben wir ein Problem. Wir haben kein Geistersplitter mehr übrigens. Da hinten ist unsere... Wir müssen... Warte ich mal. Wir kommen auch hier, glaube ich, drüber, oder? Wir können hier so am Rand entlang, ohne dass wir runde fallen. Aber hier müssen wir rüberspringen, okay. Oh man. Wieso kann ich nicht springen? Wieso kann ich nicht springen anständig? Jetzt geht's. Wieso? Wollen wir das mal probieren? Oh, das geht. Ich mag ja jetzt nicht nochmal hier rumspringen Ich sag's wie süß Wir mussten ja nix mehr hier machen Wir müssen jetzt nur wieder hier heil zurückkommen Das wär super Ist doch eigentlich gar nicht so schwer Sehr merkwürdig Es wär eigentlich schade drum Um ehrlich zu sein Wenn wir jetzt rangehen Wir haben nämlich noch Jede Menge Haltränke Und hier sind noch Jede Menge Gegner rechts von uns Und links von uns Und oben und drüben Und dort und jenes Hier war der ne Hier oben Der war der komische Sind wir da jemals rauf Ja ne Da ging's hinten auch runter Denk ich Der hat mir aber glaube ich Ob wir alles hatten weiß ich nicht Ob wir alles hatten weiß ich nicht War das da auf? Ich glaub der ging nicht über die Wollte sagen Der ging nicht über die Dings drüber Über den Über die Stufe Aber anscheinend Schein Ich glaub das war noch nicht offen Oder? Oder war nur das hier verschlossen? Hm Ah cool oder? Ah ja jetzt sind wir hier Ach hier waren wir noch nicht Ach ne die ist verschlossen Waren wir doch schon hier Ach warte Ach da mussten wir doch schnell laufen Aber das hat nix mit der Mit der Truhe jetzt zu tun Ne Ich weiß nur nicht wo man jetzt hier rein muss Ah Okay Geschafft Das schaffen wir Wo gab's denn noch Mission Ach bei mir dabei Bei Skyrim Bei Skyrim gab's das Wo man auch so schnell laufen musste Wo man an allen Ecken und Enden Hängen bleibt Und kann ich es jetzt von der Seite wieder aufmachen? Natürlich nicht Wir sind jetzt hier gefangen Für immer und ewig Wir müssen gegen den Superboss kämpfen So wie ich das sehe List Arm Ist alles leicht Für uns Ich brauch da nicht mal rein zu schauen Aber Wir schauen uns uns trotzdem an Wie sie aussehen Wo sind wir Leben der Legende Echt Achso Das Ich sehe noch nicht mal einen Unterschied Wirklich Ah doch Ja Entschuldigung Ich sehe schon einen Unterschied War das die normale Rüst Die hier Gab's da auch eine List Ja Oh ja Okay Den Rest weiß ich jetzt nicht mehr Was Beine noch Oh das sieht gut aus Davon abgesehen Okay Hier können wir durch Hier müssen wir sogar durch Oder gibt es hier einen Schalter Wo wir die Tür aufmachen Oder irgendeinen Hebel Also hier runter Hier steht einer Oh wo sind wir hier jetzt Wo kommen wir her Achso Einfach nur Hier runter Hm Der sieht doch Pfehrlich aus Oh ja Warum? Mist, wieso? Warum? Was? Muss ich der schnell sein? Ich krieg den aber nicht. Und der hat ja auch nicht dieses... Was ist hier? Was ich meine? Er tut sich nur aufheilen. Oder gibt es da irgendwo auch wieder... Schauen wir mal, ob es da unten irgendwas gibt, was wir außer Kraft setzen müssen. Hm? Boah! Eben so'n Stein, wisst ihr? Hm. Aber es sieht halt so anders. Und der ist halt immer noch da. Oh, warum? Geisterruf ist super. Greif Brustpanzer. Jetzt kommt er wahrscheinlich von hinten. Greif Brustpanzer. Den schauen wir uns an. So, genau so schlecht. Oh, schön. Ein schöner Brustpanzer. Aber wir haben einfach die lebende Legende, ne? Hier kann man echt nicht meckern. Hm. Wir nehmen das Ding. Hier ist wieder eine uralte Karte. Mächtiger Antanas. Ich habe soeben eine uralte Nachricht gefunden. Welche die womöglich kühnste Schöpfung der Roga beschreibt. Sie ist größer als alle Herrscher. Verfügt über eine ungerade Anzahl an Gliedmaßen. Ihr verderbtes Fleisch ist mit Waffen vermischt. Und es steht etwas über Unverletzlichkeit oder Heilung dabei. Aha. Ja. Erzähl halt mal ein bisschen mehr. Wie kriege ich das Ding... Wie bekomme ich dich nie... Dort hinten, warte. Dort hinten ist so ein... Dort hinten ist irgendwas. Vielleicht muss man das zerstören. Nee, hell, das ist ein verdammtes Mist. Ja. 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 Rain. Halt. Neh. Tiefst. Hm, ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt hier tatsächlich komplett komplett... Das Ding war nicht offen, die Tür ist neu auch, durch die alte Steintafel wahrscheinlich. Aber warum, wenn der sich immer wieder heilt? Da ist er aber. Ich geh mal fort. Mir fällt momentan nichts ein, wisst ihr? Und wenn einem nichts einfällt, sollten wir es erstmal lassen. Denk mal dran, da drunter müssen wir noch. Aber wir haben hier noch genug anderes, wo wir uns ein bisschen auseinandersetzen können. Das war cool. Im Vorbeigehen. Das war's für dich. Das war's für dich. Wieso brennen wir eigentlich nicht? Wer schießt denn der vor allem? Das ist ja ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu weit gelaufen. So, hier hätten wir... Machen wir nochmal einen Rundumlauf. Aber wir müssen aufpassen bei dem Geiste unten. Bei dem Geiste unten, der hat uns ganz schön eine reingewürgt. Gewürgt. Ich glaube, hier wäre es auch aus. Uh, der war gut, mein Feind. Und zwei ist ja noch viel besser. Ich bin beeindruckt. Und vor allen Dingen... Das war gut. Der war gut. Die habe ich nicht kommen sehen. Ich wusste... Ich habe die noch nicht mehr im... Oh, hier ist eine Truhe. Die müssen wir noch nicht haben. Die waren wir doch schon. Die sind wir ja schon gewesen. Großaxt. Eine Beinrüstung und eine Armrüstung. Ja, wie hieß die? Eine Hüte? Wahrscheinlich. Ja. So, eine Beinrüstung. Aber welche, ne? Das ist man nicht. Aber wahrscheinlich hört man durch. Lebende? Ne. Das ist nichts. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier was ist. Wollen wir uns wenigstens mal die Axt anschauen? Das ist zu schön, oder? Aber, schaut mal hin. Der kann viermal. Das ist viel. Hier kann er dreimal. Nicht schlecht. Wie viel hat unsere Clown? Nein. Ja, ist jetzt schon. Und die ist auch vom Gewicht her mehr. Und sie braucht von der Energie her. Also es ist alles schlechter. Alles, was es gibt, ist schlechter. Ja, wie ist es da drüben mit der... Weißt du? Ihr wisst jetzt, da drüben mit der lebenden Rüstungssense. Bevor wir zu dem... Werden wir uns trotzdem noch mal in den Haltrang reinpfeifen. Bevor wir da unten reingehen. Weil der ist schon... Wie er ist. Ich schaue mich aber erst noch mal an. So, hier drüben muss er irgendwie sein, oder? Oder war er hier drin? Hier war er, ne? Hier haben wir hier weiter geht. Da hinten ist er. Der Geist, richtig? Ich mach mal lieber ein... Einen Heiltrank. Bisse ist, bisse. Ne, das ist ein anderer. Das ist nicht der Geist. Wo war das denn? Was ist denn? Ach, wird er getroffen. Kann sie bleiben. Ach so, ja. Danke, dass ihr mich dran erinnert habt. Vielen herzlichen Dank. Drei Heiltrinker hat er uns gekostet. Ja, das stimmt. Das hatte er auch drauf. Ohne Zweifel. Wunderbar gemacht. Nein. Nein, das wird nichts. Sehr schön. Das ist, glaube ich, noch ein Flammending da hinterher, ne? Das die noch verbrennt, richtig? Bei der höchsten Stufe. Das ist auch noch nicht so weit. Ja, hier ist man wieder draußen. Aber war da nicht noch was offen? Ach nee, jetzt sind wir hier. War da nicht noch was offen hier? Machen wir hier noch eine kleine Runde. Den höre ich nicht in Erinnerung. Das macht noch eine kleine Druckwelle, ne? Der macht's ja noch eine kleine Druckwelle. Das ist schon ein, also das ist schon das Erdbeben, ne? Das ist schon eine Gewalt. Hier können wir auch, oder? Können wir jetzt hier weiter? Wo bekommen wir die Schlüssel her, ne? Und die andere Truhe ist ja leider auch noch... Da ist noch eine Truhe. Drei Truhen sind, glaube ich, noch verschlossen. Hier die... Und da ist da auch nichts zu sehen, ne? Das ist da auch nichts zu sehen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, halbwegs war es das. Ich weiß nur nicht mehr, ob wir hier rauf mussten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich denke, es wird immer einer mehr, oder? Also mir kommt es irgendwie so vor, wie wenn es immer einer mehr ist. Nee, nee, hier sind wir falsch. Wir müssen drüben rauf. Wir gehen wieder einmal durch, die ganze Schose durch. Wo auch immer das war. Hier könnte es gewesen sein. Und dann drüben kommen wir zu irgendwo hier rauf. Hier rauf. Kommen wir zu unserem Speichelpunkt. Wir könnten natürlich auch in unserem Schild... Das machen wir noch. Wo ist denn... Halt, warte. Wo ist denn unser Meisterschmied? Was ist da? Ah, ein Wiedersehen. Ja. Kleines. So, haben wir eigentlich noch große Runen... Null. Aber ich glaube, wir können Runen ausrüsten. Und zwar hier rein. Eins, zwei, drei. Aber wir haben nur eine niedere Gift-Rune. Das ist ja ein bisschen blöd, oder? Und aus dem Kommandoschild kann ich das wieder extrahieren? Ach nee, ich kann es nur umbalancieren. Und das ist ja in Ordnung eigentlich. Dann hauen wir trotzdem... Ach nee, 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 nee. Geh noch mal her. Ah, ein Wiedersehen. Ja, ja, ja. Warte. Nee, ich will schon... Ja, genau. Erfahrungssätzen. Okay. Machen wir noch mal Erfahrungssätzen? Oh, äh... Ah, ich bin ja los. Wir machen das ja hier. Wir machen das ja alles hier. Entschuldigung. So, Rune ausrüsten. Wir gehen in unseren Schild. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alles gemacht, das selbwegs zu machen, gilt, ne? Weil das andere liegt ja auf unserer... auf unserem anderem Zeugs, was wir haben. So, jetzt schauen wir mal, was wir an... St... Ja. Stärke. Ich würde erzählen Ihnen noch, wir sind Stärke investieren. Eigentlich brauchen wir eine Stärke. Ach, warte jetzt mal. Hätten wir nicht. Jetzt muss ich trotzdem noch mal schauen. Jetzt muss ich mal schauen. Wie viel braucht... Ach, das braucht tatsächlich 20. Ne, dann brauchen wir hier nichts mehr. Ja, schauen wir. In Glauben könnte man auch noch ein bisschen was reinhauen. Davon abgesehen. Ist noch was im Glauben, was wir noch machen müssten? Ne, ne? Drei. Drei. Ach doch, Rage. Eine dich umgebende Kraft, die deine Angriffskraft erhöht, sowie Energiebeschränkungen aufhebt. Ist bestimmt auch gut. Das machen wir noch. Da brauchen wir Zauberpunkte, ne? Ah, schade. Na gut. Machen wir für heute Schluss. Ja, trotzdem sieben, ne? Sieben müssen weiter. Und ihr wisst, bis am Ende nützt es ja nichts. Ihr müsst ihr jedes Mal durch, oder ihr macht jetzt schon Schluss. Ich sag derweil Ciao, ciao. Und wir sehen uns ein andermal wieder.